und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holy lol und willkommen zum donnerstag gestern war grandios der tag wir haben jetzt mittlerweile 1 2 3 5 siegen 6 glaube ich sechs siegen wer mit gezählt hat gerne in die kommentare und zwei niederlagen aktuell erst und das am donnerstag leute wir sind also wirklich gut dabei und falls ihr auch gut dabei seite leiten kommentieren abonnieren die video beschreibung schon mal twitter kann folgen und hier im item shop my creator code eingeben hol die leute unterstützt nämlich ein bisschen alpha bist du genauso gut wie gestern ich hoffe da habe ich stimmt ich sage jetzt mal einfach ja der alpha ist immer gut ich finde ich kann vorbei ich gar nicht ein sonst torrent club dann geht man nicht drüber okay dann lass mal absappeln ich habe nicht bekommen das nicht und er kommt der kommt der kommt gut der geht aber nicht okay er denn so gegen meine fahrtrichtung gespielt das war schon gemein gefährlich ich bin ich bin auch explodiert ja ich bin ich gehe mal auf die branche habe ich habe ich habe ich habe ich hatte doch nicht hatte ihn doch aber er ist halt duf und er war schnell und allein und 131 km h alles klar und er hat ihn schade ich dachte er versteht sich wäre schön gewesen schöner mal bei sowas kriege ich immer einen flip reset pass auf flip reset zack ja hauptsache flip reset egal ja super entweder wenn ich schieße oder wenn ich passen will kriege ich ein flip reset aber dann kannst du den ja nicht verwerten irgendwie nicht wirklich und da ist er und da ist er vielleicht musst du dir so auftatschen lassen weil die die sonst gehabt hätten nee nee alles gut hat aber klappt da kamen ja beide in dem moment also beide rausgenommen mit dem schuss als lutschen sind schneller als ich hat noch nicht auch zu pest sorry er ist wieder in die ecke gefahren hast du gesehen der ball bei uns ab und er hat ihn nicht machen wir jetzt noch mal das spielchen schade und so weiter hast du daran ja 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 ist nicht schlimm den habe ich auch er kommt runter oh der kommt gut ja oh nein wie wo doch okay heute ist tag der nachschüsse ja irgendwie der war ja der war nicht der war hat er ich bin gekommen gerade ist nicht gut für die schade wollte auch mal so was cooles machen mit dem ball hochnehmen und mitnehmen aber ich kann das nicht ach es kommt irgendwann von alleine holi oh oh was da was weiß nicht ob reingang wärme und ich glaube nicht ja ja wie viele page quittes und samba denn jetzt schon was was ist denn die metzler von welch kredit der welt kritisiert ist das ist das ist jetzt gewinnen sind wir haben eigentlich hier einen linguisten im in dem toll großen mutterlich einfach weg kurz okay einfach einfach in es dahinter vielen dank dafür haben wir ihn hier dazu wie die neue damit man irgendwas richtig schreibt haben ja schon dabei falsch geben richtig 1000 verbessern und zu machen was ich denke ich habe mich dran aus dem aus der position die hat sich ganz schön vergeriet danke dass du mich vom bus weg gebammt hast du ganz entspannt ah der geht nicht immer dieser zweite tax dann ja nachschluss sonnastag ist wirklich so habe ich aber auch wieder jahre angenommen man jahre normalerweise hätte ich den die wall hoch spielen müssen wir machen jetzt noch fünf sechs stück dann hier ist das nur makulade bist du doch bist doch jetzt für dich vielleicht kommt nicht mehr dran ein gebammt schade da lächst mir auch mal hat der t ihren guten pass gespielt ja muss man ja auch mal honorieren riesto t hast du noch mal ich wollte aber ich habe ein probleme ich habe nie mehr geschaffen da ist aber in 3 1 hatte ich aber durch den durchgeglitzte da kommen wir noch mal werken schwein der kamera nicht bei mir war der egelste großzeit schon dem rocket league und seine genauigkeit deswegen treffe ich auch manchmal den ball nicht weil rocke ich einfach nicht so genau da habe ich mir trocken weil ich weil ich mal zu genau bin nein nein da warst du ein bisschen zu langsam wieder ich war ja auch ich bin durch alle durch inklusive dem ball bin ich über alle durch er geht nicht ja ja jetzt deine zu früh ich hätte ein bisschen länger warten müssen ja habe ich habe eingebaut ich wollte auf zerstörung gehen ach du bist gar nicht mit ich weiße in der mitte der kam schnell der gerry ist nervig und er hat aber auch perfekt getroffen mit der schnauze von seinem dominus naja und dann kurz nachdem da bei uns hast du ja sowieso die schnellste hitbox ja ja scheiße ich war im sprung so eine kacke ok ok wo ist denn hat er vor mir er kommt er kommt er hat ihn 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 er hat die nicht alter der gerry macht vorne die besten sachen seines lebens weiß und hinten fliegt dann jeden ball vorbei was ist denn mit ihm fake ja also nur stehen bleiben ne ja ok oh shit oh nein ok wir machen fake besser nein haben die auch luck ey ja mal die den kick auf nicht getroffen haben dass der genau den ball dann nochmal touchte und damit den pass kriegt reicht der? ne ah schade hä? ok er hat das gemacht ja ja jah block hey ob ich das gemacht habe da habe ich mich noch in den ball reingebauten richtig gut oh nein oh gott jetzt habe ich nicht gebrannt nein nein nicht gut ich habe alles gut ich will ein bisschen glück du also wie viele torungen habe ich nicht einfach vorsicht bitte schön nein kein boost hatte nur fünf boost absolut ja okay aber nicht so gut ich war weg der weg war bester backflip aller zeiten man war gut dass der weg war so wichtig in alter backflip macht macht einfach ein tor wenn ich backflip mache kriegen man zwar komisch erstes spiel war schon weg wenn ich auf uhr gucken müssten jetzt ja muss das zweite spiel sein wenn die woche so weit so weiter läuft dann leute ich tatsächlich eine rote champion ein jawohl und nicht panic da muss ich immer echt wenn ich ihn darf man nicht das ist das verboten die am rät schritt gemacht vorlagen donnerstag und wir haben ja alles heute der donnerstag war der wildeste donnerstag seit langem echt gerade genial deswegen wir hören ja nicht auf wir spielen jetzt einfach weiter aber ihr seht im morgigen video erstes weiter geht und morgen entscheidet morgen entscheide ich heute morgen entscheide ich ob ich wieder eine road to champ in angriff nehme also im moment läuft ja wirklich gut und das anfang der season also ist alles machbar jetzt jetzt ist die zeit eigentlich dafür wenn ihr es sehen wollt leiten kommentieren abonnieren und wir sehen uns morgen wieder einfach dankeschön für die wunderbaren runden heute mit dir hat spaß gemacht und hier die grüße an meine kanalmitglieder an meine lauten unterstützer vielen dank phoenix vielen dank aksw vielen dank phoomstone vielen dank für eure unterstützung vielen dank